Du bist ein Neutschländer? Neutschländer, ja. Freut mich. Halt, Runde geht los, los. Los? Ich hab vergesst meine Diegel. Einer ist Veranda, also Minus ist einer. Ja, genau. Die an. Aber auf eleganteste Weise. Ramses ist der Zweite. Ich sag's dir. Die haben an. Ich lief gleich. Kein Spaß jetzt. Das ist einfach mal so behindert, was die hier machen. Erholt mich im Sprung mit dem Headshot. Wie gelost kann man sein? Weil du kannst mir die Frage beantworten. Keine Ahnung, du. Weißt nur, dass dieser eine Typ so anhat. Der hat mich zwei Runde teinander mit dem Headshot ausgelöscht. Einmal bin ich sogar gesprungen. Und das kann nicht klingen. Hast du diese Bastarde? War leider noch nicht der Typ. Ich würd so gerne diesen anderen holen, ne? Den würd ich so gerne auslöschen. Ist er sein Scheißbett? Der PC nimmt und den ausm Fenster wirft. Danach selbst ausm Fenster stürzt. Kopfüber. Genau. Komm mal nach oben. Ihr Scherzkeks versteckt sich auch. Dann hast du so ein bisschen erprägt, oder? Ja, mir fällt nix besseres zu den Typen ein. Let's go! Ganz ehrlich, bei diesen Typen denke ich mir so ein bisschen... Also, man kann ja lost sein. Aber so lost geht eigentlich nicht. Joa, da haben sie recht. Denk ihn einfach ab. Tjaaa. Der ist da links beim Auto. Beim Auto. So an, ich hasse diesen Typen über alles. Der Knopf ist aber jetzt. Schön. Einer dürfte da im Gartenhaus sein. Die sind beide, ähm... Ähm... Einer ist im Wasser. Warte mal, ja. Dann hol die mir mal. Bastard. Ach, maaan. Die sind rein gerusht. Also, pass auf. Hast recht, der einer steht da. Ja. Kennst du diesen Moment, wenn du dich so fragst, warum hat dein Mate den nicht ne halbe Sekunde vorher geholt? Ja. Ganz genau wissen, dass ich noch die Zeit habe, diesen Bastard zu schreiben. Sehr, sehr gut! Kannst du euch das kaufen? Hier. Nice. Gestalten. Ja. Jo, beide unten. Mal bist du einsehn. Beide. Schade. Es wäre ja gar nicht gewesen. Du hast wirklich beide geholt. Die standen auch hintereinander. Also, theoretisch... Theoretisch dürfte einer ziemlich los sein. Wobei der Ops-Shot durch zwei Leute durchgeht. Also, entweder hast du ihn gar nicht getroffen. Oder, ähm... Bau einfach mal da drauf, komm. Du schaffst es nicht, Paul. Ja, du schaffst es nicht. Ja, ist egal. Ich geh die Ops-Safe. Dinges. Wetten die Typen? Ah, gut. Das ist ein Bastard. Aber so viel Luck, wie die haben. Und so viel Luck, wie die haben. Und so krass, wie die angeschaltet haben. Hätten die mich safe geholt. Ja, wie der richtig krass reinhackt. Ah, Spassi. Oh, fixe. Das ist ein Deutscher. Wir vercampen uns oben, Paul. So ein Bastard. Wollen wir mal testen, ob die deutsch sind? Nice. Das sind keine Deutschländer. Die Deutschländer verlieren keine Runden. Außer gegen Heckern. Ja, da haben sie recht. Ich glaube nicht, dass die deutsch sind. Aber er hat aufgeschrieben und im Englischen schreibt man das mit O. Ja, ich weiß. Nein, das wusste ich nicht. Oh, der steht hinten in der Ecke bei denen. Ja, der hat mir komplett über die halbe Map ein Headshot gegeben. Wow! 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 Oh, wow! Gut, ja Mann. Ja, das finde ich halt auch so das krasse daran. Weil ich hatte 100 Abbi. Kauf nix, kauf nix, wir brauchen das Geld in der nächsten Runde. Auch keine Siegel? Oh ne, die würde ich mir sie generell nicht holen. Wir rushen ihn jetzt hier weg. Links! Man den dadurch sehen kann. Was du denn gekriegt hast. Als ob ich die jetzt am Ende wirklich in der Full-Eco bekommen habe. Langsam erst durch. Also dann, wenn es euch gefallen hat. Paul, wie viele Likes, Kommis und Abos? 10.000, 10.000, 10.000. Dieser Bastarde, dem willst du noch mal so an den Kragen gehen. Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, das was Paul gecallt hat, is your sets. Schaut gerne auf meinen anderen Socials vorbei, schaut bei Paul auf Twitter vorbei. Und dann, will ich fast schon behaupten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Deutschland. Bis. Bis zum nächsten Mal. YouTubers